Was sind die Gefühle, die hier entstehen, wenn Sie in den Tag reinkommen? Ja, ich bin ein Angstpatient und kann es nur empfehlen für das. Was sind die Gefühle, die hier entstehen, wenn Sie in den Tag reinkommen? Ja, gute Gefühle, aber keine Angst. Die Leute sind sehr nett und freundlich. Alles ist gut. Das ist die Gefühle, die hier in den Tag reinkommen ist. Es geht in den Tag reinkommen. Es geht in den Tag reinkommen. Es geht in den Tag reinkommen.